Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schauen wir mal, was bei mir im Garten jetzt um die Jahreszeit blüht. Die Bergflockenblume blüht immer noch, aber man sieht, dass die ersten Blüten auch durch sind. Ich musste sie ein bisschen anbinden, die hätte sich jetzt auf alles davor gelegt. Hier die Wiesenwidmenblume, die Sterndolde dürfte auch bald soweit sein. Die dicken Bohnen, die Blüten werden auch fleißig von der schwarz-blauen Holzbiene besucht. Die setzt sich allerdings oben drauf und sticht dann rein. Und im Hintergrund die Filzrose. Das ist herrlich. Vor ein paar Jahren gesetzt, das ist jetzt schon so ein Riesentrum. Die Maibeere trägt ihre Früchte. Und das orangenfarbene Habichtskraut. Das ist jetzt auch am Blühen. Der Holunder. Und hier meine Ackeleien. Da habe ich drei Stück gesetzt. Die kommen jedes Jahr wieder, aber so richtig ausbreiten tun sie sich noch nicht. Die Klette und die Wicke, die muss ich immer ein bisschen zurückdrängen, weil die sonst meine Blaubeeren voll zuwuchern. Und hier sieht man die Kartäusernelke. Und auch hier blüht eine Brose. Hier nochmal die Kartäusernelke von der anderen Seite. Und da hinten ist auch schon ein Thynian am Blühen. Hier sieht man den Apothekersalbei und die Margariten. Die Skabiosenflockenblume ist inzwischen auch soweit. Und auch hier ist noch orangenfarbenes Habichtskraut. Da unten ein Storchschnabel. Ich glaube, das war der Gefiederte. Und der Natternkopf hat angefangen. Und wenn das alles hier mal voll in Blüte ist, das wird ein absolutes Getummel. Hier hinter den Natternköpfen ist der Wiesenzalbei. Und hier ist auch sehr vielfältig. Unten die kleinen blauen Blütchen sind Leim. Die Violetten im Hintergrund, falls man die sieht. Nachtviol und natürlich die Pracht von der weißen Lichtmelke. Und hier rechts im Bild kommt auch nochmal Akelei. Die Glanzkabiosen. Und hier die blutrote Kartäusernelke. Auf dem Hügelbeet macht sich der Mohn breit. Für mein Moor habe ich jetzt tatsächlich ein Gitter gebaut. Seitdem lässt die Amtslöse in Ruhe. Jetzt hoffe ich, dass es sich wieder gut entwickelt. Das müsste jetzt Leimkraut sein. Das ist gut dann gelb. Das ist der Kornmantel. In unserem Garten ist der Lehmbatz einfach übermächtig. Wir machen jetzt einfach den Bodenaustausch mit dem Obendrauf einfach Kompost. Dadurch gucken wir, dass das alles torfrei ist. Aber es gibt inzwischen auch gute Substrate. Und die Tomaten braucht man offensichtlich nicht mehr viel gießen, wenn man da einfach ein bisschen Wunschwürsten dreht. Die offenen Stellen, die trockenen alle gut aus. Ob die Tomaten mischten da wie eine Eins. Von daher ist es super. Hier sieht man ganz prächtig die Nacht-Viole. Voll besetzt. Fehlt auch nicht mehr viel. Und hier habe ich jetzt auch nachgelegt. Der Bienenstein wurde auch schon besiedelt. Dem Bienenstein ist schon ziemlich viel. Und jetzt habe ich daneben nochmal ein Holz mit rund 80 Löchern. Es ist richtig cool, wie man das hier von der Terrasse aus beobachten kann. Ich weiß jetzt nicht, ob man das gut sehen kann in dem Licht. Aber hier habe ich eben auch ein paar Löcher reingebohrt. Habe mir extra lange Bohrer besorgt. Und da sind auch schon die ersten drin. Ja, das war es mit meinem kleinen Gartenrundgang. Wie man sieht, blüht der Schnittlauch eben auch. Und ist fleißig von Bienchen besucht. Und daher einen schönen Tag noch. Macht's gut. Ciao, ciao.